So, langsam platzt der Speicher von meinem Handy, deswegen müssen wir uns wirklich beeilen. So, wir haben jetzt noch diese wunderschönen vier selbstgemachten Dinge. Ich glaube, ich habe dir gar nichts selbstgemachtes rein. Ich bin ein Schwein. Das muss ich auch mal ändern. So, oh Gott, ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Selbstgemachte Sachen sind die schönsten. Oh, 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 oh. Oh, boah, jetzt lese ich es gerade erst bei dem Geschenkpapier. Selbstgemacht. Paperclips. Oh, wie cool. Ich habe mir jetzt auch die Dose beim Lidl mit den ganzen lilanen Gummis und Büroklammern und Dingern, allen möglichen. Und ich habe immer keine Ahnung, was ich machen soll. Und das ist ja schön. Schaut es mal. Oh, wunderschön. Dankeschön. Ich sage doch, selbstgemachte Sachen sind so toll. Oh, danke. Aber jetzt, danke, die muss ich auch gleich aufheben mit deinem Goodie Bag zusammen. Damit ich, also aufheben sowieso, ich meine jetzt auf die Seite legen, damit ich sofort weiß, was ich als nächstes basteln muss. Dann hier, selbstgemachtes Teil 2. Du bist jetzt ganz lassen, damit ich das Papier... Oh, 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 oh. Oh mein Gott, du bist verrückt. Du hast doch gesagt, du tust mir nur die... Oh, die sind ja riesig. Ich dachte, die wären so klein. Oh mein Gott, sind die schön. Schaut es euch mal an. Das macht die selber. oh mein gott sind die genial wie geil und die habe ich mir ja gewünscht mit dem ich liebe diesen löwen aus dem 3 3 3d die cut block ihr wisst schon gleich zweimal das ist ein richtig stabil oh mega dankeschön aber die sind ja auch mega wie schön doof die gucken oh schön dankeschön jetzt haben wir noch das 3 ja jetzt habe ich angst weil schaut euch mal das an so schön also so schöne sachen krieg ich selbst gemacht leider nicht hin ich habe heute auch schon karten versuche gemacht jetzt lieber sein lassen sein oh mein gott ich sage immer ich stehe nicht auf tags und dann sehe ich sowas schönes mit dem mädchen ich finde die ja so süß hello dear tschuldigung aber jasmin du kennst den tag den du mal kriegst oh gott das ist auch schön also wirklich ich mag tags eigentlich gar nicht ich weiß immer nicht was ich damit anfangen soll aber sind die nicht toll der ist auch so schön mit hirschen im hintergrund wow wow und wenn es hat den muss ich leider weiter verschenken weil das die jasmin soll sie dann als lesezeichen benutzen oder sind das lesezeichen nee sind schon tags oder ich kenne mich doch mit dem zeug nicht aus wie schön dankeschön um gott oh mein gott da habe ich ja schon so ein schönes ich glaube das war unter efi aber lasst mich nicht lügen ich hoffe jetzt nicht dass es von der sonja war auch mit den ecken und oh mein gott oh mein gott ist das nicht geil wie sie das gemacht hat mit dem pusten dass der die steine weg pustet oh mein gott du hast dir so viel mühe gegeben oh nein es ist ein mini album mit den fotoecken das schaut ja mal seht ihr das überhaupt bin ich im bild schaut euch das mal an wie mega genial das ist wow und hier das papier und das auch hammer wie toll oh mein gott du hast mir ein mini album macht bist du verrückt ich muss wirklich sagen bist du verrückt du tust immer so dass du gerade nicht so bastelst und so und ja und dann kriege ich ein mini album oh mein gott oh gott vielen lieben dank und dieses wunderschöne papier hammer du bist verrückt so und jetzt zum letzten bevor ich einen herzinfarkt krieg aber schaut euch mal also die selbstgemachten sachen sind doch der burner oder also wenn ich mal so basteln kann wenn ich groß bin dann bin ich glücklich jetzt schauen wir mal was da noch und sie tut immer so ich wusste von den briefmarken von mir wusste ich nicht und jetzt kriege ich arbeit von wahrscheinlich drei wochen oh mein gott oh mein gott oh mein gott ein washi tape mäppchen schaue noch mal rein weil ich mag wirklich nichts wegschmeißen ein washi tape mäppchen aha hast du da noch mit buchbinder folie drüber gemacht weil das ist nämlich auch immer mein problem dass das da nicht klebt das ist auch schön und das auch schön was ist da drin ich kann das alles nicht mehr gut machen noch mehr und dann geht es noch weiter schaut euch mal das mega coole shop super da werde ich meine stempel abdrücke rein machen wenn ich darf finde ich cool dankeschön so und dann geht es auch noch weiter nein du bist verrückt du bist verrückt sollen wir da auch noch schnell durchschauen ja jetzt haben wir schon den dritten teil jetzt ist auch schon wurscht oder ja jetzt ist auch schon wurscht das ist schön mit den kerzen guckt mal schau mal dann haben wir das mit den kerzen noch mal dann noch mal den noch mal den schau mal wie süß die sind oh mein gott du bist verrückt dann haben wir noch mal das auto dann haben wir hier eine miezekatze das ist der maikie dann haben wir hier das ist der von den sticker album ässiger album von nun wartet mal hier von vorher schaut ich bin noch nicht blöd haha haha mega den fand ich nämlich total süß und hier natürlich blätter ich liebe blätter und der ist auch süß aber noch mal den dann haben wir hier einen cupcake und hier einen trompete spielenden fuchs dann haben wir hier noch diesen wuffi ist ja nicht süß wäschekorb u der ist auch hübsch schaut mal wartet schaut euch mal den fügel den fügel an moment so tschuldigung jetzt wurden wir kurz gestört aber schaut euch mal diesen süßen oh nein wie toll manolo und noch vieles vieles mehr vieles vieles mehr vieles vieles mehr vieles mehr und dann haben wir noch einmal diesen kandidaten vielen lieben dank das ist sogar mit draht guckt mal dankeschön in so flieder lila mit weißen punkten oh toll vanessa vielen lieben dank aber bitte übertreibt doch nicht so so viele schöne selbstgemachte sachen auch die ich finde ich so toll mega und die sind doch der oberburner oder die briefmarken hammer und ein kleines mini album du bist verrückt darf ich es so sagen egal ich sag so du bist verrückt vielen lieben dank du bist echter oberhammer und ich hoffe dass dir mein paket auch gefallen hat und jetzt wünsche ich euch allen einen wunderschönen tag und hab euch lieb eure bibi bozzall